Einen wundervollen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Serie von mir und zwar geht es dieses Mal um PerceptiLabs. PerceptiLabs ist ein Tool für Machine Learning und möchte hier so wenig Code wie möglich von euch fordern. Das bedeutet, ihr könnt hier tatsächlich mehr oder weniger grafisch neuronale Netze euch zusammenklicken. Das kommt natürlich stark auf den Datensatz drauf an, aber man möchte eben diesen Coding-Ansatz, den TensorFlow mit sich bringt, möchte man ein bisschen umgehen, denn neuronale Netze sind auch einfach vom Konzept schon schwer genug zu verstehen und schwer genug auch einzurichten. Da möchte man den Coding-Ansatz einfach weg abstrahieren und ich finde das eine sehr, sehr gute Möglichkeit, euch das Ganze einfach näher zu bringen. Und ja, hier möchte ich mal ganz kurz was zu der Serie sagen, wie die überhaupt entstanden ist und was das jetzt eigentlich gerade mit euch wird. Das ist nämlich nicht irgendeine Serie, sondern solche Tools muss man natürlich erstmal finden. Und nein, das ist kein, hey, die sind auf mich zugekommen und ich bewerbe die jetzt, sondern mein Kollege, der auch Dozent ist an der Fresenius-Hochschule, der hat mit mir mal wieder darüber gesprochen, was er so gerade macht und was so cool ist und was er mit seinen Studenten macht und so weiter und so fort. Und da sind wir auf PerceptiLabs zu sprechen gekommen, denn ihm ist halt auch ganz wichtig, dass es möglichst schnell von einem erstmal einer Idee zu einem Prototypen kommt, den man dann vielleicht am Ende noch verfeinern kann und vielleicht dann auch was am Code ändert. Aber erstmal braucht man natürlich eine Basis. So, und da benutzt er ganz gerne solche visuellen Tools eben wie PerceptiLabs. Und er hat dann kurzerhand die Entwickler angeschrieben von PerceptiLabs und mich dann zu einem Call eingeladen. Das war super spontan, was echt geil war. Aber er hat dann auch eben gemeint, ey, yo, schau doch mal da vorbei. Und ja, wir haben uns dann ein paar Mal unterhalten, also ich auch mit den Entwicklern. Und ich habe herausgefunden, was die so noch alles planen und was die gerade eigentlich alles machen. Und das finde ich eine super Sache. Ich konnte denen dann Feedback geben. Die konnten mir bei der Installation ein bisschen helfen, weil im Hintergrund passiert da einiges, zeige ich euch gleich. Und dadurch ist jetzt eine ziemlich coole Sache entstanden. Denn ihr könnt mir jetzt hier in den Kommentaren Feedback geben und ich kann das direkt an die Entwickler weitergeben. Und das finde ich eine super Sache. Was natürlich auch heißt, dass das Tool im Endeffekt aktiver weiterentwickelt wird als andere Tools, die man vielleicht so kennt. Ich hatte jetzt schon wirklich einige Tools, die ich mir angeguckt habe, die eben sowas Visuelles machen. Eins davon habe ich euch auch schon vorgestellt. Aber da bin ich mit der Weiterentwicklung absolut nicht so glücklich gewesen. Und hier scheint das jetzt definitiv anders zu sein, weil die Leute sind super motiviert und machen das echt gut, was sie da machen. Momentan ist der Fokus ganz klar von PerceptiLabs auf Bilderkennung. Das heißt, wie ihr hier zum Beispiel schon sehen könnt, wir können hier zum Beispiel erkennen, okay, hier haben wir so ein Bild und dann machen wir Dinge und so weiter und so fort. Und dadurch lernen wir sozusagen, was in dem Bild drin ist. Und das ist auch das, wo wir momentan mit Machine Learning, mit künstlicher Intelligenz am weitesten sind. Natürlich gibt es auch Textgenerierung, natürlich gibt es auch Bildgenerierung. Aber das sind die Dinge, die noch nicht unbedingt in der Wirtschaft angekommen sind. Während Bilderkennung, das kann man mittlerweile wirklich sehr, sehr unkompliziert überall einsetzen. Und ich finde, ein großer Zweig könnte einfach hier relativ unkompliziert noch einsteigen und eben dann auch sowas anbieten. Was wiederum mich zu dem Punkt führt, wie zu hell benutzt man das Ding? Okay, also fangen wir jetzt endlich richtig an. Und ja, wir haben hier erstmal natürlich, also die Enterprise-Version ist gerade gelauncht. Wenn ihr ein Unternehmen seid, müsst ihr ein bisschen was blechen. Aber für Entwickler kostet das überhaupt nichts. Ich will hier nochmal ganz kurz auf das Pricing gehen. Und ja, ihr könnt das Ding auch in der Cloud laufen lassen. Natürlich kostet euch das dann was, weil die von Percepti Labs dann auch was blechen müssen sozusagen. Das läuft ja nicht mehr bei den Servern sozusagen, sondern auf Amazon-Servern oder auf Google-Servern. Während, wenn ihr das Ganze lokal bei euch laufen lasst, dann ist das absolut kein Problem. Und ja, ihr könnt das dann ohne Probleme auch kostenlos benutzen. Also, wir benutzen hier natürlich nur die kostenlose Version und wir benutzen öffentliche Datensätze, wo wir gerade bei Kaggle sind. Das ist ganz gut. Aber machen wir später. So, jetzt erstmal, wie bekommen wir das zum Laufen? Und hier gibt es auch eine tolle Installationsanleitung. Falls ihr irgendwann mal vielleicht mal was updaten müsst, falls irgendwas anders läuft oder sowas, schaut definitiv hier rein. Was hier allerdings nicht dabei steht, ist meiner Meinung nach leider sehr, sehr wichtig. Das muss ich Ihnen nochmal sagen, dass Sie das da vielleicht auch reinpacken sollen. Also, und zwar, ihr braucht, also ja, ihr braucht natürlich erstmal Python-Version 3.8, weil TensorFlow läuft nur auf Python 3.8. Das ist halt einfach, ja, das ist nicht wirklich jetzt was Besonderes. Aber, was viel, viel wichtiger ist, ihr braucht die richtige Version von CUDA und die richtige Version von CUDNN und vor allem eine Nvidia-Grafikkarte. Denn das Ding läuft auf Nvidia. Es gibt Möglichkeiten, das Ganze auch ohne Grafikkarte laufen zu lassen. Das würde ich euch allerdings nicht empfehlen. Und AMD-Grafikkarten machen leider bei Machine Learning immer wieder Probleme. Apple M1-Chips sind leider noch nicht unterstützt bisher, aber sie funktionieren teilweise trotzdem. Das heißt, probiert einfach aus, ob das Tool bei euch funktioniert. Die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich groß. Im Zweifel müsst ihr halt auf eurem Prozessor das Ganze laufen lassen. Aber es funktioniert unter Windows 10, Ubuntu 18.04 und Mac 10.14. Also, schon ziemlich breit unterstützt. Und ja, da sind natürlich nicht immer Nvidia-Grafikkarten drin, obwohl ich die halt empfehlen würde. Denn Machine Learning, ich habe das mal tatsächlich bei mir gebenchmarkt, ist 13 Mal ungefähr so schnell gewesen auf einer Grafikkarte wie ohne Grafikkarte. Und das waren keine Bilder. Bilder laufen nochmal deutlich schneller. Also, da können wir schon sehr viel erwarten. So, jetzt also zu dem wichtigen Punkt. Wenn ihr eine Nvidia-Grafikkarte habt, braucht ihr die richtige Version von CUDA und die richtige Version von CUDNN. Eine Grafikkarte ist im Endeffekt sehr viele, sehr einfache Recheneinheiten. Das heißt, parallelisierbare Operationen kann man wunderbar auf die Grafikkarte packen. Und dazu gibt es natürlich, ist wunderbar für Spiele, klar. Aber man kann natürlich auch ganz normalen Code auf die Grafikkarte packen. Und das macht man mit CUDA. CUDA ist im Endeffekt die Bibliothek von Nvidia für, naja, Berechnung eben auf der Grafikkarte. Das ist halt, sie werben immer mit Awaken the Sleeping Giant oder sowas. Also, quasi eure riesige Grafikkarte zu wecken und damit dann Berechnungen durchzuführen. Wir brauchen hier, Achtung, die aktuelle Version, ich nehme das jetzt gerade im Januar 2022 auf, ist CUDA Version 11.5. Das ist die falsche. Ja, ganz wichtig. Ihr braucht die Version 11.2. Und hier könnt ihr euch entscheiden, welche Version von 11.2 ihr haben wollt. Die neueste ist 11.2.2 gerade, welche ich hier auch jetzt ausgewählt habe. Ich mache das Ganze unter Windows, das heißt, wir haben hier einmal das da. Und ja, ich mache das nicht unter Linux, weil ich die ganze Zeit in Meetings muss und meine Grafikkarte, ähm, ja. Wenn hier halt ein Machine Learning Ding rechnet und ich in ein Meeting muss, dann kann ich meine Kamera nicht benutzen, wenn ich unter Linux bin. Was ein Problem ist, ihr kennt mein Leben. Es ist traurig. Ähm, seid froh, dass ihr eure Kamera nicht die ganze Zeit braucht. Okay, ähm, also CUDA installieren. Erstmal runterladen natürlich, kein Problem. Das kriegt ihr, glaube ich, hin. Einfach hier auswählen Windows oder Linux, ähm, dann eure Architektur. Version 10 und dann die Echse auswählen. Welche ist völlig egal. Runterladen. Und, äh, dann bekommt ihr das Ding hier. Äh, nein, nicht das da. Jetzt habt ihr schon das Ergebnis gesehen. Verdammt, ich spoiler euch. Okay, also, ähm, das hier ist einfach wirklich eine ganz normale Echse. Und ihr könnt die ganz, ganz stinknormal installieren. Das ist so billig, das muss ich euch nicht mal zeigen. Das ist wirklich einfach nur Ja und Ahm klicken und immer weiter durchklicken. Okay? Das kriegt ihr ohne mich hin. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und wenn ihr CUDA installiert habt, dann müsst ihr eigentlich nichts weiter machen. Aber geht mal her und gebt mal in euer Dings ein CMD, ja. Oder macht hier von mir aus ein Shift-Rechtsklick und dann steht hier irgendwo, äh, PowerShell-Fenster hier öffnen. Oder Terminal hier öffnen, je nachdem welches System ihr habt. Und hier könnt ihr dann tatsächlich, ähm, eingeben, NVCC-Minus-Version. Da ist ein Leerzeichen dazwischen, nicht übersehen. Und hier muss jetzt dabei stehen, CUDA Compilation Tools, äh, ja, genau. Und dann eben Release 11.2, beziehungsweise Version 11.2.irgendwas. Was super wichtig wäre. Ähm, also, dass ihr hier eben nicht einfach sagt, hey, wir haben Version 11.5 installiert, lasst mal probieren. Das wird nicht funktionieren, das wird euch Fehler werfen und eventuell auch zu falschen Ergebnissen führen. 11.2 ist aktuell die Version, die ihr braucht. So, ähm, wenn irgendein großes neues Release angekündigt wird, dann kann es sein, dass sich die Version ändert. Das seht ihr dann hier im besten Fall. Ähm, okay, also ihr habt CUDA jetzt installiert. Jetzt könnt ihr also Code auf eurer Grafikkarte ausführen mit Python. Das ist cool, aber bringt euch erstmal nicht ganz so viel. Ähm, denn ihr wollt speziellen Code ausführen. Ihr wollt ja neuronale Netze ausführen. Und es gibt eine Library, eine Bibliothek sozusagen on top für CUDA, die speziell für Deep Neural Networks verantwortlich ist. Das heißt nochmal speziell neuronale Netze stark beschleunigt. Und mittlerweile ist die Pflicht geworden für TensorFlow, wenn man es auf der Grafikkarte laufen lassen möchte. Und auch eben für Percepti Labs. Und die heißt CUDNN. Das hört sich jetzt bescheuert an. C-U-D-N-N. Äh, C-U für CUDA und D-N-N für Deep Neural Network. Und ihr könnt das hier unter developer.nvidia.com einfach finden, beziehungsweise einfach nach C-U-D-N-N suchen und dann unter die alten Downloads gehen. Ihr müsst euch dazu allerdings anmelden. Ähm, ihr müsst quasi NVIDIA sagen, warum ihr das benutzen wollt und für wen ihr tätig seid. Die überprüfen das aber nicht unbedingt. Das heißt, ihr könnt das auch einfach so als Hobby machen und könnt zum Beispiel sagen, hey, ich bin bei meiner Uni oder bei meiner Schule oder sowas. Das ist kein Problem. Es kostet euch auch nichts. Ihr müsst euch aber dafür anmelden. Ist ein bisschen doof. Muss man aber machen. So. Ähm, ihr wollt jetzt hier für die Sachen, die wir machen wollen mit Percepti Labs, nicht die neueste Version, also nicht C-U-D-N-N 8.3 haben. Das ist hauptsächlich für die Entwickler von TensorFlow zum Beispiel gedacht. Sondern ihr wollt C-U-D-N-N 8.1.1 haben. Für Cuda 11.0, 11.1 und 11.2. 11.x stimmt hier nicht ganz. Das ist eigentlich für 11.3 gedacht. Und die hier oben sind dann 11.4. Und ihr habt ja Cuda 11.2. Also braucht ihr die hier unten. So. Hier dann einfach also auswählen, was ihr haben wollt. Also entweder ein Linux oder noch ein Linux oder noch ein Linux oder Windows. Und dann könnt ihr euch das Ganze runterladen. Das sieht dann so aus, dass ihr eine, ähm, eine ZIP-Datei bekommt. Und diese ZIP-Datei ist relativ groß. Und die könnt ihr natürlich jetzt hier irgendwie entpacken. Hier entpacken oder sowas. Und dann bekommt ihr hier Cuda. Einfach als Ordner. Da gibt es keine ausführbare Datei oder sonst irgendwas. Sondern ihr müsst diese Dateien tatsächlich einfach kopieren. Unter Windows findet ihr die Installation von Cuda an C, Programme, NVIDIA, GPU Computing Toolkit. Dann Cuda und dann eure Version. Also Version 11.2. Und hier drin findet ihr sowohl den Ordner BIN als auch den Ordner INCLUDE als auch den Ordner LIB. Und hier könnt ihr einfach tatsächlich alles, was ihr hier habt, kopieren und hier reinkopieren. Ja. Und dann habt ihr hier drin quasi einfach Cuda jetzt reingepackt. Ihr müsst da nichts mehr ändern dran. Einfach nur reinkopieren und fertig. Ja. Das ist alles, was ihr hier braucht. Und dann habt ihr Cuda und CUDN installiert. Überprüft gerne nochmal, ob ihr wirklich die richtige Version habt. NVCC-Version. Wie gesagt, da muss 11.2 stehen. Und ja, das ist eigentlich auch tatsächlich alles, was ihr braucht jetzt erstmal. Das ist euer Grafikkarten-Setup. Wenn ihr keine Grafikkarte hattet, passt das auch. Dann braucht ihr Cuda und CUDN gar nicht zu installieren. So, dann haben wir das und wir können das eigentlich auch wieder zumachen soweit. Und jetzt wollen wir natürlich PerceptiLabs installieren. So, für PerceptiLabs brauchen wir Python. Ja, wir brauchen Python Version 3.8. Wenn ihr noch nie Python installiert habt, dann bitte ich euch jetzt meine Python-Playlist anzugucken. Zumindest das erste Video. Ihr müsst kein Python lernen dafür. Aber ihr solltet eigentlich, wenn ihr mit PerceptiLabs und Datenanalyse etc. ein bisschen was machen wollt, dann müsst ihr ein bisschen was in Python machen können. Zum Beispiel Skripten, ja, ganz, ganz basic Skripten. Einfach nur kopieren von A nach B oder Dateien ordnen, Dateien umbenennen. Solche Sachen macht man ganz gerne mit Python. Und ja, wenn ihr das hier macht, dann holt euch gleich die Version 3.8. Das ist super wichtig, denn ohne 3.8 könnt ihr hier quasi auch PerceptiLabs ja nicht quasi überhaupt starten. Ich weiß, dass einige von euch jetzt wahrscheinlich nicht reingucken werden in die Playlist. Deswegen hier ganz kurz. Ihr findet unter python.org slash downloads die Python Version 3.8 und könnt euch die runterladen. Das heißt, ihr könnt hier unten einfach nach dem Release gucken, der für euch gedacht ist. Hier unten haben wir 3.8.12. Juhu, können wir einfach runterladen und dann installieren. Und schon haben wir Python installiert. Was ihr auch noch braucht ist, das sehen wir hier, beziehungsweise ihr braucht es nicht unbedingt, aber es wird stark empfohlen. Ich empfehle euch das jetzt auch tatsächlich. Ihr solltet Anaconda installieren. Das ist quasi ein Tool, was euch die Verwaltung von Python-Paketen erleichtert. Muss euch jetzt nicht unbedingt was sagen, aber ihr könnt es einfach runterladen und dann ist es halt da. Und dann könnt ihr weitermachen. So, was wir jetzt also machen ist folgendes. Wir gehen in einen Ordner, wo wir das Ganze haben wollen und machen hier einen Rechtsklick rein, beziehungsweise unter Windows bitte Großschreiben, Rechtsklick drücken. Und dann habt ihr hier die Option PowerShell-Fenster hier öffnen, beziehungsweise unter Linux natürlich das Terminal. Unter Mac sollte da auch Terminal hier öffnen stehen. Und dann könnt ihr hier drin tatsächlich eigentlich die Befehle hier mehr oder weniger kopieren. Ähm, ich hab jetzt das Ganze ein bisschen personalisiert bei mir. Und zwar könnt ihr eine Conda-Umgebung installieren mit Conda-Create-N. Und dann könnt ihr hier den Namen für eure Umgebung eingeben. Ich hab das Ding eben PerceptiLabs genannt. Ihr müsst das aber nicht so nennen. Ihr könnt es auch wie hier in dem Beispiel geschrieben, ähm, hier steht glaube ich MyEnf. Genau, das könnt ihr auch machen. Ihr könnt sie nennen, wie ihr wollt. Und dann eben hier drin zu sagen, noch Python ist gleich 3.8. Setzt die Python-Version auf 3.8. Das müsst ihr machen. Dann erstellt ihr euch eine neue Umgebung sozusagen mit, ähm, mit Conda eben für diese Python-Version. Ähm, ich mach das jetzt hier mit N, weil ich natürlich schon eine, ähm, eine Environment hab, die genau so heißt, die genau das tut und wo alles eigentlich drin ist. Deswegen muss ich das jetzt hier nicht nochmal neu machen. Und, ähm, hier drin wollen wir jetzt tatsächlich, also das ist jetzt im Endeffekt eine, eine Sammlung von virtuellen Bibliotheken für eure Python-Version. Und egal, was ihr hier drin macht in dieser Umgebung, ähm, das wirkt sich immer nur auf diese einzelne Umgebung aus. Und ihr könnt jetzt hier einfach sagen, okay, ich möchte diese Umgebung benutzen mit Conda-Activate und dann eben PerceptiLabs, in meinem Fall. Ähm, wenn ihr sie wieder deaktivieren wollt, könnt ihr einfach den PC neu starten, beziehungsweise einfach die PowerShell verlassen oder einfach Deactivate reinschreiben. Das geht genauso. Ähm, und, ja, aber im Endeffekt, wir wollen ja gerade in dieser Umgebung hier arbeiten. Ihr könnt jetzt hier drin einfach sagen, pip install PerceptiLabs. Ähm, bei mir ist pip ein bisschen falsch, ähm, quasi verknüpft. Deswegen muss ich hier pip 3.8 install PerceptiLabs machen. Und wir sehen hier, bei mir ist natürlich schon, die ganzen Requirements sind schon fertig. Und, ähm, ich hab quasi alles, was ich, was ich installieren muss, hab ich schon installiert. Bei euch kann das wirklich eine Weile dauern. Ihr seht, das sind viele, viele Bibliotheken, die im Hintergrund verwendet werden. Äh, wir haben sowas hier wie NetworkX. Wir haben, also für Graphen und so weiter. Ähm, wir haben hier, haben wir übrigens auch ein Tutorial vor kurzem dazu gemacht. Ähm, falls ihr reingucken wollt. Wir haben natürlich TensorFlow. Wir haben Bcrypt. Wir haben einen ganzen, ganzen Haufen Sachen, die hier verwendet werden. Und, ähm, die müssen natürlich erstmal installiert werden. Das dauert wirklich eine Weile. Wenn ihr das dann starten wollt, müsst ihr nichts weiter tun. Also, ihr wollt nichts in Code integrieren oder sowas. Sondern, ihr wollt einfach nur PerceptiLabs hier eingeben. Und dann startet sich euer PerceptiLabs. Das dauert ein bisschen. Starting. Und wir kriegen ein neues Fenster. Das ist das hier. Ihr werdet euch beim ersten Mal einloggen müssen. Ähm, ihr könnt das aber über GitHub machen zum Beispiel. Das ist dann einfach ein Single Sign-On. Das ist wunderbar. Und, ähm, da landet ihr dann irgendwo. Ich habe jetzt hier tatsächlich schon mal ein kleines, ähm, ja, ein kleines Projekt gestartet. Aber ich mache das nochmal mit euch von vorne. Das heißt, ich gehe jetzt hier mal her und ich lösche das einfach mal. Ähm, type delete. Delete. So. Okay. Delete. Und, ähm, was ich jetzt hier gemacht habe, beziehungsweise was ich machen möchte. Das, das möchte ich gerne auch mal löschen. Aber egal. Ähm, also, ich möchte hier einen Datensatz reinpacken, ja, in mein PerceptiLabs. Und das, ähm, ist etwas, was wir, glaube ich, im nächsten Video machen können. Aber wenn es bei euch erstmal soweit ist, dann ist es schon mal sehr, sehr gut. Ähm, jetzt ist natürlich die Sache, Bug fixen können wir erst, wenn wir das auch wirklich alles gemacht haben. Das heißt, das nächste Video ist noch so ein kleines bisschen Bug fixing für euch wahrscheinlich. Ähm, denn manche Fehler treten ja erst auf, wenn ihr das Ganze auch wirklich laufen lasst. Also bitte guckt direkt das nächste Video an, ähm, falls es schon da ist. Ansonsten ist, ist sehr, sehr schnell bei euch, hoffe ich zumindest. Und, ja, ähm, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr mit dem Tun ein bisschen rumexperimentiert habt oder sowas, dann sagt auf jeden Fall mir Bescheid, beziehungsweise sagt den Entwicklern direkt Bescheid. Es gibt, soweit ich weiß, auch ein Forum. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.